Wir wollen Sie nur warnen. Dr. Schreck ist hier, um Sie kennenzulernen. Schreck, der Name bedeutet Terror. Er weiß, was die Zukunft für Sie bereithält. Und für Sie. Und für Sie. Das Unbekannte, das Ungewöhnliche, das Unerklärliche. Das Geheimnisvolle und oft auch das Erschreckende. Diese Karten hier können uns vor der Zukunft warnen. Ich habe einen besonderen Namen für Sie, mein Haus des Grauens. Seien Sie vorbereitet auf kalte Angst. Und wahnsinniges Grauen. Fühlen Sie, wie die knochige Hand des Teufels nach Ihrem Herzen greift, wenn er Ihre Zukunft wahrsagt. Das sind die Menschen, die Ihr Grauen und Ihre Geheimnisse mit Ihnen und Ihnen teilen. Ein international anerkannter Kunstkritiker, ein wissensdurstiger Arzt, ein begabter Künstler, ein namhafter Grundstücksmakler, eine reizende junge Mutter. Carol, komm vom Fenster weg! Eine junge Ehefrau, ein furchtsamer Wissenschaftler, ein grauen, einflößender Fremder in einem Zug. Berühren Sie die Karten dreimal mit den Fingerspitzen. Einer der Männer, die es wagten, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Wer bist du? Befehle bin ich. Ich bin... Ich bin Befehle! Sie sehen die Hand, die sich vorwärts bewegt und Rache sucht. Wein riechen und töten. Sie werden ins Land der Voodoo-Götter geführt. Wie nie zuvor werden sie unterhalten von den Männern, die Musik machen. Und gebannt wie nie zuvor durch die Todeskarten des Doktor Schreck. Was wollen Sie von uns? Wer sind Sie? Haben Sie es wir nicht erraten?